Super Aufnahme hier von D&E da mit 138 Punkten Jetzt schauen wir mal was die mit den 45 machen Oh, sauber! Das war ein 17-Darter Aber da fällt jetzt gerade wenig bei den Österreichern Jetzt also die Chance zum 19-Darter für Papp Ja, also dort knapp daneben Und das ist der 20-Darter, nehmen sie bestimmt so Der Schnitt bleibt über 80, 2-0 für Ungarn Geht ein bisschen zu schnell grad für das österreichische Duo Gebessert mit der Triple 19, das heißt 2-Dart-Finish möglich Hier für Raimund Papp Trifft die Triple 18 Und das war's! Ist das staubtrocken! 3-0! Wahnsinn! Das ging schnell! Das war sehr sehr gut, was die Ungarn hier gespielt haben Ja